Hallo Leute! Willkommen bei meinem Let's Play Part 7 Torchlight. Ähm, heute werde ich wie versprochen all mein Hab und Gut verkaufen. So, endlich. Tut mir leid, dass ich so lange kein Let's Play gemacht habe. Hatte in letzter Zeit einfach keine Lust. Also das musste ich jetzt offen mal zugeben. Ich hoffe, das versteht ihr auch, also... Ja, das ist mega geil, wenn ihr das versteht, also... Ich würde das sehr zuvorkommend sehen. Nicht möglich. Ähm... Ich will gar keinen Fernkampf machen. Das ist langweilig. Hupsa. Egal. Ähm... Ein Heiltrank zu viel gekauft. Ja, das verkauf ich, oder? Ja, ist eh scheiße. Obwohl, ne. Lass ich da. Und das verkaufe ich, weil das blöd ist. Auf Wiedersehen! Nein. Ah, da hinten ist eine Quist. Aber erst einmal kann ich hier verteilen. Boah, in dieser Folge gibt es ja viel zu viel, was ich so... Ihr wisst schon, wie ich das... Ach, egal. Organisatorisches, das meine ich, genau. Oh, diese Nädel sind eh ge... Diese Nädel sind irgendwie geil. Ich will die weiter skillen. Aber ob das bringen... Bringen die jetzt... Oh, ich kann noch ein Level machen. Nein, das ist Verschwendung. So. Was kann ich für Sie tun? Was kann ich für Sie tun? Haha, er spricht lustig. Glutstein ist die Essenz der Magie. Und er nimmt Eigenschaften seiner Umgebung an. Deshalb haben Glutsteine von verschiedenen Orten auch unterschiedliches Aussehen und Eigenschaften. Ich habe vor einer weitläufigen Nekropole gehört, die unter der Mine übergraben ist. An solchen Plätzen kann man manchmal Todesglutstein finden. Einen derartigen Glutstein zu studieren, ist schon lange ein Traum von mir. Solltet ihr einen finden, bringt ihr ihn mir... Äh, bringt ihn mir... Bringt ihr ihn mir... Bringt ihr ihn mir... Läh? Nicht wahr? Natürlich! Aber... Woher weiß der das? Also... Das frage ich mich eh. Auch wenn man in die späteren Level kommt und der immer sowas fragt. Ich frage mich immer, woher weiß man, dass man solche Teile dort findet? Oh, ich kann es nehmen. Plopp! Ah, muss ich noch schnell meine Schuhe verkaufen. Oh, scheiße. Jetzt habe ich die falschen verkauft. Egal. Ab geht's in den Dungeon. Vroom, vroom, vroom. Vroom, vroom, vroom. Vroom, vroom, vroom. mir sind mal langweilig während diesen ladezeiten tut mir leid wenn es euch nervt aber kann man nichts gegen machen ihr könnt mich an der zeit unterhalten erzählt ein witz oder so das ist auch so ein fettes wie es gehört doch nicht zur quest wie ich damals dachte vielleicht ist das da was zur quest gehört wirft die nädel nädel ja oder nädel nädel ist richtig glaube er klaut mir hp der ist es auch nicht fass nädel ob das auch die angriffsgeschwindigkeit verlangsamt da steht ja eigentlich nur bewegungsgeschwindigkeit glaube ich vielleicht ist das wie ja dieser war kasa ist das weiß ich darauf würde ich tortschleit verwenden ja so was habe ich gesagt sie haben eine quest erfüllt habt ihr gehört habt ihr gehört sie haben eine quest erfüllt gleich gibt es wieder was zu vorlesen darauf freut sich bestimmt jeder hier ja danke bleibt mir das fast kaputt gemacht wer ich bin der killer ich bin eine stufe aufgestiegen habt ihr das mitbekommen an dieser schönen animation so klingt es wenn ich schluck auf habe tnt dieses let's play hier erzähle ich irgendwie nicht so viel schrott bis jetzt glaube ich ich glaube ich habe es irgendwie verlernt ich habe zu lange nicht mehr gemacht obwohl letztens hatte ich das pokémon let's play mit einem freund angefangen aber leider ist das irgendwie mit der sounddatei komisch gegangen deswegen müssen wir es jetzt neu aufnehmen tja so kann das laufen tnt ratling nadeln bär bär stirbfass tnt meint tnt lasst mich ja Oh nein, es hat gebebt. Der Himmel fällt auf meinen Kopf. Ich bin ja so im Fantasy-Mittelalter. Also die Leute früher haben das ja so geglaubt, dass der Himmel so auf den Kopf fallen kann. Das finde ich irgendwie lustig. Diese Vorstellung. Oh nein, mich verfolgt ein Skelett. Oh nein, die sind ja so stark. Ich rede mit so viel Enthusiasmus. Das geht gar nicht. So viel ist das. Jahu. Ich habe ihn getötet. Boah, wenn man so spricht, dann hat man ja gar keine Lust auf dieses Spiel. Ihr habt Glück, dass ich damit jetzt aufhöre. Oh, das ist die Treppe nach unten. Dumm, 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 dumm. Oh, Geld. Oh, Fass. Oh, noch mehr Fässer. Da will ich drauf. Oh, da unten. Nein, das sieht gefährlich aus. Ich habe keine Falle ausgelöst. Noch mehr zu steigern. Yeah, stehe ich. Zwei Kampf. Oh, ich kann noch einen Punkt. Also zwei Waffenkampf ist das gewesen. Kritische Treffer. Standard, drei auf Nahkampf und zwei auf Verteidigung. Bam. Das nenne ich mal einen kritischen Treffer. Flop. Oh, das Telefon. Oh, gut, da ist jemand drangegangen. Schlecht, dass ich das nicht weggelegt habe. Sonst lege ich das immer weg. Aber jetzt gerade der Telefon, ne? Und so. Oh, Kammer. Eine feuchte Kammer. Mein Gott. Was wird hier bloß passieren? Ich weiß es nicht. Was wird hier bloß passieren? Ich porte mich lieber zurück in die Stadt. Am besten verkaufe ich jetzt. Alles. Hol mir ganz viele Tränke. Weil jetzt gar kein Endboss kommt. Kein Endbosskampf. Und am besten fange ich dann gleich mit dem neuen Part an. Aber nicht, weil ich dazu... Also, es kommt kein Endboss. Nein. Nein, nein. Das wäre zu viel Spoilern und so. Glaubt mir ruhig. Es kommt kein Endboss. Ja, ich setze den Glutstein jetzt an. Ich habe keine Höhe da drauf. Fum. Ho, ho. Hm. Zerbstärke. Das ist besser als das, was der da bringt. Der bringt ja nur mehr Rüstung. Und hat zwei Sockel. Ich habe bis jetzt eh noch keinen Edelstein gefunden. Ach ja, man kann so Edelsteine in gesockelte Waffen und Rüstung und so ziehen. Nur so als Information nebenbei. Ich sollte mir Tränke kaufen. Ich habe so ein ungutes Gefühl in dieser Kammer. Und am besten eine neue Waffe. Oh, oh. Der sieht schön aus. Irgendwas richtig geiles Einhändiges. Oh, Handaxt. Oh, oh, ja. Oh, ein Hammer. Oh, langweilig. Oh, noch, noch mal. Oh, langweilig. Ähm. Ja, dann nehme ich das. Ja. Ja, das ist sehr schön. Ja, so soll die aussehen. Und dann noch die Axt. Oh, das sieht sicher lustig aus. Haha. Ja. Okay. Dann starte ich mal jetzt den neuen Part.